Ich kann zwischen vier Langlauf-Destinationen wählen und das ist eben einzigartig. Wenn ich da drinnen bin, dann geht einfach mein Sportlerherz auf, da mag ich einfach laufen und laufen und da kann mich fast keiner mehr zurückhalten und dann übersehe ich oft einmal die Zeit. Das ist mein voll feinsten Bildschirm. Ja, Wahnsinn. Sensationell. Gastein. Berge voll schöner Augenblicke.